hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von medieval dynasty so wir sind auf dem weg nach baranetzer über bovo einfach halt auch um zu sehen ob hier irgendwas interessantes liegt oder ob hier banditen unterwegs sind bis jetzt weder noch aber wie gesagt das ist ja nur zum check einen wildschwein brauchen wir noch das finden wir unterwegs so wie schaut es da aus keine banditen würde ich sagen keine banditen dann aber sind leicht überladen und ich müsste mal trinken und uns geht material im dorf aus da gucken wir auch gleich wir gehen nur mal ins ins trockene produktion kupferschmiede ist das für der kupfer machen wir mal noch mehr kupfer barren würde ich sagen so das sollte das regeln und ich könnte was essen so in den büro wo können wir gleich noch mal ein bisschen sachen verkaufen dann sollte sich das mit unserem gewicht auch wieder erledigt haben mein zur not gewichtstrank regelt aber wäre natürlich auch gut wenn wir ihn nicht nutzen müssen pilze sammeln wir natürlich auch zwischendurch so dann gucken wir mal hier ist ein händler die sind alle noch hier im haus ja auch so ich hätte den bogen den ich nicht brauche wir haben eisensperre und wir haben stein feine so die edlen stiefel die brauche ich nicht doch die brauche ich die muss ich ja abgeben gerade überlegt was haben wir denn sonst noch pelz ach und das fleisch kann ich abgeben das brauchen wir definitiv nicht den pelz auch nicht stöcke auch nicht holzschalm behalten wir machs gut ja so einen wildschalm müssen wir jetzt noch jagen das kriegen wir aber hin und dann müssen wir in tutki die stiefel noch abgeben die die ich jetzt gerade beinahe verkauft hätte aber haben wir ja zum glück nicht wenn zur not hätte ich in branitzer nochmal wieder welche kaufen müssen und die dann halt abgeben müssen wäre auch gegangen ob es nachher tatsächlich die stiefel von der karolina sind oder nicht ist eigentlich egal hauptsache man liefert stiefel ab und zur äußersten not könnte man tatsächlich immer noch sagen bin leider ausgeraubt worden habe ich aber ehrlich gesagt noch nie gemacht habe ich auch nicht vor so halten wir mal die augen offen nicht nur nach pilzen sondern auch nach wildschweinen wildschweinen da ist eines da hinten ist noch eines das eine reicht uns aber so da fehlt immer noch oder wieder material gerade gar nicht drauf geachtet jetzt gehen wir aber erstmal aus der gefahrenzone hier raus oh da ist ein wagen und der ist voll also nicht voll aber auch nicht leer ich glaube das war alles ne ja mehr gibt es da nicht aber hier gibt es nochmal edelreizker sehr schön ich muss nachher mal gucken ob das immer noch die schmiede ist oder ob das zwischenzeitlich etwas anderes ist das ist ja auch nicht auszuschließen leider nicht drauf geachtet ob es mal kurz weg war so jetzt liefern wir aber gerade mal unsere jagdergebnisse ab nobby hi norbert so ich bin die tiere losgeworden wie du es wolltest das habe ich bemerkt dann die haben alle gut geschlafen sehr gut so ich könnte eigentlich gerade das fleisch noch verkaufen ne die ist hier die alina zeig mir mal deine waren so das kriegst du und das leder kriegst auch du brauche ich nämlich nicht stecker auch nicht rest behalte ich vielen dank see you soon sehr gut so und ich wollte immer noch gucken ob das hier immer noch die schmiede ist ne ist es nämlich nicht das ist die scheune wir haben keinen mohn mehr das ist ok absolut ok da hat ja eh nur eine begrenzte haben wir eh nur eine begrenzte anzahl von dem mohn und brauchen da auch nicht so riesig viel von dem her passt das so jetzt auf nach tutki und dann können wir zurück gehen muss gerade mal ein bisschen weg gucken ich habe heute wieder einen neuen spielstand angefangen eigentlich neuen spielstand aber neue aufnahme und da ist dann immer die karte noch falsch eingestellt weil ich will die quests darauf ja nicht sehen ich weiß dass bei uns im dorf noch welche sind das hat er gesagt oder wurde uns gesagt da müssen wir auch nochmal fahren noch gucken Meow Meow Wir können eigentlich auch querfeld einlatschen. Dann kriegen wir vielleicht immer ja auch noch Pilze. Wobei die haben wir hier glaube ich schon gesammelt. Zum Teil auf jeden Fall. So, gucken wir mal wo die Dame ist. Ne, der Herr war es, ne? Ne, die Dame. Hi, halt. Nicht umdrehen. Bleib doch mal stehen. So, die Stiefel die du wolltest. Vielen Dank vielmals. Hier sind einige Münze für deine Mühen. Kein Problem. So. Jetzt gerade mal überlegen, wie wir am besten zurücklaufen. Ich glaube ich laufe hier oben entlang. Und dann hier halt. Oder dann hier. Und dann über Gustovia hier zurück. Das können wir auch machen, glaube ich. Ich hätte auch nochmal fragen können, ob irgendjemand noch was gehört hat, ne? Naja. Verpennt. Fragen wir uns Gustovia. Ist ja gut. Reg dich ab. Wo ist sie hin? Kann ich hier meine Pilze jetzt sammeln? Ja. So. Oh. Schicke Steinpülze und so viele. Kein Zeltlager. Schade eigentlich. Manchmal sind hier welche. Es können hier irgendwo auch Banditenlager sein. Hatte ich auch schon mal. Aber einmal erst, glaube ich. Aber es gibt einen Spot. Das ist das Wichtige. Und so oft komme ich ja auch nicht lang, muss ich sagen. Auf der anderen Seite bin ich öfter mal unterwegs. Aber hier. Selten. Da ist noch einer. So. Oh. Fünf Steine. Okay. Das ist jetzt nicht so das Highlight. Aber wir nehmen, was wir kriegen, ne? Da sind nochmal Steinpülze und hier ist ja noch ein Riesenschirmling. Das ist ja schön. Trinken können wir was. Auch sehr schön. Sehr, sehr gut. Ich mag die Gegend einfach. Oh, hier liegt noch eine Flasche rum. Ach, hier ist ein Wagen. Hatte ich gar nicht gesehen. Bin hier doch, glaube ich, schon lang gelaufen, oder? Vier Hopfensetzlinge, Münzen. Oh, Pfeile. So. Da sind sie Feuer. Äh, äh, Feuer, wie heißen sie? Insekten jedenfalls. Insekten jedenfalls. Insekts. Feuerwanzen. So, das war das Wort, was ich gesucht hatte. So, wir gehen über Gistovia. Da kann ich dann auch nochmal nachfragen, ob jemand noch was gehört hat. Wenn man so in die Musik aufhört, erstmal so ein erster Schreck, kommt jetzt gefährliche Musik, wenn man gerade irgendwo Banditen übersehen hat. Und weil das ja eigentlich nicht so das typische Banditeneck ist. Aber, man weiß ja nie, ne? Nebenbei mal ein Schlückchen trinken. Oh. Weizen. Sehr schön. Ich könnte mal die Fackel rausholen, ne? Das ist aber nur der Weizen. Ich hatte ja so ein bisschen Hoffnung, dass da noch mehr rumliegt, aber... Tut es nicht. So, hi Reisender. Ist dir irgendwas Interessantes zu Orden gekommen? Dein Dorf. Dorthin solltest du gehen. Okay. Dann gehen wir da hin. Dann müssen wir da am morgigen Tag mal gucken. Wer denn da... Guten Abend, Otto. Wer denn da noch was braucht? Oh, guckt euch die Beleuchtung da oben an. Herrlich. Ich mag das. Und so die letzten Strahle... Oder ist das der Mond, ne? Ist das das Mondlicht, was da so... Ich finde das wunderschön. Also diese Wow-Effekte, das haben sie hier in dem Spiel echt gut drauf. Das muss ich sagen. Schon der erste halt, wie gesagt, immer, wenn man... Beim Start des Spiels oder beim Start eines neuen Spielstandes in das Tal, also aus dem Wald raus in das Tal kommt, das ist immer wieder absolut faszinierend. Das ist der Mond tatsächlich. Herrlich. Einfach herrlich. Voll Mond. Wunderschön. Brauchen wir auch kein Licht im Moment. Das ist echt immer wieder... Tolle Lichteffekte, die die hier drin haben. Muss man ganz... Oder muss ich ganz klar sagen. Gefallen mir wirklich, wirklich gut. Guten Abend, Malvina. Ja, das sind unsere Dorfbewohner in den weiter entfernten Minen. Die sind halt auch noch spät. Wie spät haben wir es denn? Halb zehn unterwegs. Da sind Glühwürmchen. Ist auch schön. Das ist wirklich wunderschön. Und immer wieder faszinierend. Was das ausmacht, wenn Entwickler wirklich so richtig mit Liebe hinter ihrem Spiel stehen. Und das nicht einfach nur als Gelddruckmaschine sehen, sondern da wirklich Herzblut reinstecken. Das macht schon viel aus. So, und wir gehen jetzt erstmal pennen. Waschen uns noch und gehen dann pennen. Räumen dann morgen mal das Inventar aus. Und gucken mal, wer hier im Dorf eigentlich noch irgendwas... braucht. Da hinten ist irgendwo... Guten Abend, Damen und Herren. Einen wunderschönen guten Abend. Schnaufe nicht so rass in mir. So, einmal waschen. Wir gehen hier nicht ungewaschen ins Bett. Und was mit Happen essen, wäre vielleicht auch noch ganz gut. So. Das hätte ich noch verkaufen können, ne? Machen wir vielleicht noch. So. Letzter Blick für den heutigen Tag über den See. Und gute Nacht. So, einen wunderschönen guten Morgen, meine Liebe. Was beschäftigt dich im Moment? Heute habe ich eine Wolke gesehen, wie ein Schloss aussah. Und wie steht es um unser kleines Königreich? Alles bereit, Meester Ehemann? See you soon. So, machen wir mal das Feuerchen an. So, nur mal ein Pennt noch. Der ist nicht so der Frühaufsteher. So, räumen wir mal unser Inventar leer. Da muss ich auch mal gucken, wie weit denn eigentlich unsere Landwirte sind. Ähm. Pflaumenwein, Riesenschirmlinge, Steinpilze. So. Vielleicht will der hier dann noch die. Ähm. Vielleicht braucht der noch einen Kupferhammer. Aber das können wir dann auch, wie gesagt, gleich noch holen. Oder ich stecke direkt mal einen ein, dass ich einen dabei habe. Kupferhammer oder Recurve-Bogen. Die haben wir beide noch nicht verwendet. Kupferhammer. Recurve-Bogen. Nehmen wir mal beides mit. Und dann gehen wir mal gucken, wer denn hier bei uns was braucht. Irgendjemand da hinten. Und ich fürchte, das wird dann wirklich die letzte Quest sein. Hm, hm, hm. Hier sitzen wieder alle. Das ist schön. Ich mag das total. Wildruder. Niroth. Kann ich dir bei etwas helfen, mein Lieber? Du könntest deinen, du möchtest deinen, du hast keinen Bauhammer bei dir. Klar. So, hier einmal dein Hammer. Vielen Dank. Passt. So, hast du denn was Interessantes gehört? Schön wär's in letzter Zeit. War's wirklich langweilig. Ja, das ist doch richtig schön, ne? So ein kleiner Versammlungsplatz. Ja. Hallo, meine mich liebende Gemeinde. Oder so ähnlich, ne? Cool. Wieso gehst du denn? Ne, find ich schön. Find ich richtig gut. Hätte ich nicht gedacht, dass der mal so gut besucht ist. So, wir müssen ein Schlückchen trinken. Jetzt haben wir hier wieder Stau. Hauptverkehrsstraße. Na, so. Ein Schlückchen in Ehren. Können wir mal bei Muddy vorbeischauen, ne? Ob die, wie es der denn geht. Hi. Was beschäftigt dich im Moment? Hey, Söhnchen, ja. Unser Haus war nie so, nie zuvor so leer wie jetzt, seit du ausgezogen bist. Komm hin und wieder zum Essen vorbei. Ist dir was Interessantes zu Ohren gekommen? Nö, nichts. Mach's gut. Das Haus war eigentlich nie so voll wie jetzt, ne? Weil jetzt haben sie zwei Kinder. Hi, Lasota. Du bist aber nicht unsere Schwester. Schwesterchen ist wohl unterwegs. Hi. So, ich wollte mal gucken, was unsere Landwirte machen, ne? Das war ein Stock. Ich dachte, das wäre vielleicht ein Pilz. Aber nix des Pilzes. So, wie weit seid ihr denn? Hier ist fertig eingesät. Das da drüben sind Möhren. Hier ist fertig eingesät. Oh, hier sind sie noch dran. Wir sind an Tag. Vier. Die sind noch am Ernten, okay. Aber okay, wenn sie zu dritt dran arbeiten, zu viert, kann das funktionieren. Hier sind wir durch. Hier sind wir durch. Hier sind wir durch. Das haben sie fertig. Das scheint fertig zu sein. Ach, den Hopfen mussten sie ja auch ernten. Scheint aber auch geerntet zu sein. Das wird Mohn. Das ist fertig. Das ist fertig. Der Hopfen da oben auch geerntet. Ja, das scheint alles geerntet zu sein. Der hier hinten. Scheint auch komplett geerntet zu sein. Sehr schön. Hier könnten wir auch nochmal Hopfen hinmachen, ne? Können wir grad mal probieren. Da nochmal zwei. Und hier nochmal einer vielleicht. Weil ich hab ja nochmal Hopfen gekriegt. Gibt auch nochmal zwei. Cool. Da muss ich mir nur eine Hacke holen und den Hopfen. Und natürlich ein Säckchen. Eine Hacke. Ein Säckchen. Und dann die Hopfensetzlinge. Wie viel hatten wir denn da? Vier. Passt. Passt ja hervorragend. So, Eisenhacke. Einfaches Säckchen. Ach so, den Hammer. Den hatte ich, genau, den hab ich verkauft. Weil er eh nicht mehr so von Nutzen war. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Viermal. Hopfen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Perfekt. Perfekte Erweiterung. Unserer Plantage hier. Sehr gut. Ach, das sind unsere Obstbäume. Genau, ups. Schon drin hängen geblieben. Und da fehlt wieder irgendwo Material. Gucken wir gleich. Muss man gerade mal. Ne, hier müssen wir hin. Eisenhacke. Säckchen. Ist sonst noch irgendwas? Wegwarte. Da ist er noch am Einsäen. Oh, hier müssen sie auch noch einen säen. Okay. Aber eigentlich sind wir genug Leute, dass das klappt. Ich glaube, die Dame hat das vor... ...zu tun. Griselda. Ja, sehr gut. Perfekt. Achso, und ich wollte immer noch gucken, was da oben... ...wo denn was fehlt. Scheune schon wieder. Kein Hafer mehr. Okay. So, dann kannst du ein bisschen mehr Tierfutter machen. Wie schaut es hier aus? Auch alles geerntet. Fertig eingesät. Heiko, Roman. Ja, da brauchen wir noch nichts einsäen. Jetzt machen die Felder hier... ...auch fertig eingesät. Also haben wir nur zwei Felder, wo es noch klemmt gerade. Oder was heißt die noch in Arbeit sind? Klemmt würde ich ja nicht gerade sagen. So, in Hornitzer kann ich nichts mehr groß verkaufen. Ich bin überlegen, ob wir noch eine kleine Verkaufstour nach Gustovia machen. Das wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee, ne? Was machen denn unsere Bretter? Brennholz? Oh, da haben wir wieder zu viel. Bretter steigen. Aber Brennholz kann ich gerade mal ein bisschen weniger produzieren lassen. Brennholz. Das geht mal hier auf 20% runter. Und ihr macht auch nur noch die Hälfte. Auch nur noch 20%. Und dann würde ich hier mal ein paar... Wieso habe ich zwei Rucksäcke dabei? Den habe ich wahrscheinlich irgendwo aufgesammelt. Den Eisensperr kann ich noch verkaufen. Fackel. Und den Recurve-Bogen, den behalten wir natürlich. Da haben wir nichts, was wir nicht bräuchten. Oh, das spielt... Weidekiste brauche ich nicht. Zumindest nicht im Inventar. Und Schwerter und Stoffpuppen können wir auch noch verschenken. Das ist gut. So, Kupferhacken wollte ich noch loswerden. Kriegen wir die alle mit? Nein. Aber die Hälfte. Ich weiß, ich trage zu viel. Hi. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Eine Stoffpuppe. Wiedersehen. Ups. Agnes. Auch für dich habe ich eine Kleinigkeit. Kriegst auch eine Stoffpuppe. Farewell. Hi, Oswald. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Kriegst ein Spielzeugschwert. So. Ja, ich auch. Hm, hm, hm. Hallo, Reinhold. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Kriegst auch ein Spielzeugschwert. See you soon, Sir. See you soon. Und hi, Skabimira. Auch für dich habe ich eine Kleinigkeit. Kriegst auch ein Spielzeugschwert. Ja, ich auch. So, und wie ich sehe, ist die Zeit um. Deswegen sage ich immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr darüber freuen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.